Da wurde gepackt. Ich kriege gar nichts bekackt. Hier, Parkschein ist drunter. Wir gehen auf die Nisse. Kein Gewicht. So, das war. Oh, der Gericht. Jetzt geht's hoch. Jetzt geht's hoch hier. So. Ein Riesenrad. Hat einige Wödenangst, aber egal. Heute ist es egal. Cool, ne? Ja. Jetzt sind wir zum Riesenrad. Und herzlich willkommen auf der Königshofer Messe hier. Heute fahr ich hier mit den Dingen. Bad Merckenthal. Bad Mittenberg. Das ist ein Riesenrad. Das ist cool. Ja, sagst du auch noch. Danach wickelt man, also noch mit dem, ebenfalls mit dem Kettenkausserloch fahren. Und wir machen diese Dinger gehen. Äh, Piratenbahn. Voll cool. Cool. Ich warte. Oh. Voll schön hier. Jetzt geht's wieder hoch. Und jetzt geht's wieder hoch. Oh. Einen schönen Umblick, ne? Einen schönen Umblick über das ganze Tal. Und das Taubertal. Und jetzt die Vollkanne. Das Taubertal. Und jetzt die Vollkanne. Das Taubertal. Das ist echt schön die Fahrt. Das war's nicht. Ich spiele schon echt langsam in die Gegend. Und meine Höhen lang so rücken noch. So, jetzt geht's weiter hoch. Ja. Ja, es gefällt's mir. Also, mir gefällt's. Könnt's auch drehen, glaube ich. Aber das war wirklich, es wäre nicht. Es zu drehen. Aber ich find's gut. Ja. Jetzt geht's wieder runter. Uh. 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 Und wieder hoch. Ja. Jetzt geht's wieder hoch. Ja. 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 Daumen hoch hier. Ich geb euch den Daumen hoch. Ja. Daumen hoch. Ja. 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 Ich hab auch. Und jetzt geht es wieder auf. Und ich brauch nicht mehr festzahlen. Also wie es gefällt hier. Riesengrad, wunderschön hier. Für die weiße Sicht. Perfekt. Wahnsinn, echt cool. Und wieder runter. Aber lange Fahrt hier. Jetzt geht's los. Ganz oben. Jetzt geht's los. Ach, schön gefasst. Ich glaube, es geht noch runter. So, ja. Jetzt geht's los. So. Und immer hoch und runter. Jetzt kann ich nicht mehr so weiter fahren. Jetzt wird ja fast. Die Aussicht fast. Ja. Leider kein Kumpel, keine Zeit. Muss arbeiten. Jetzt ist mal allein dabei. Jetzt passt. Cool. Jetzt bleiben wir stehen und wackeln. Wir wackeln. Ja, die Leute müssen ein bisschen aufsteigen und einsteigen. Jetzt haben wir noch einen Rundblick hier. Ja. Können wir einfach umschalten. Schauen wir mal die Weitsicht an. So sieht man die Weitsicht von hier oben. So sieht man die Weitsicht von hier oben. Okay, jetzt geht's hier weiter. Jetzt schauen wir schon wieder. Uh, wir schaukeln, wir schaukeln. Aber wir sind sicher. Wenn wir nicht runterfallen, ist mir alles okay. Aber wenn es rostig ist. Da habe ich jetzt mein Auto gepackt. Und jetzt brauche ich da mein Auto. Das ist voll brutal. Jetzt geht's hier weiter. Rotort spielen wir aber Fußball. Ja, wir müssen dann wieder rausgehen. Was ist die Wand drin? Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Wir müssen Schai aussteigen, ne? Müssen wir Schai aussteigen dann? Ist der Schai dann ein Patient? Ja. Hier hat man sogar drehen können. Wow. Ist die 30 sogar? Gut. Gut. Aufsteigen. Wow. Wow. Oh, die Fahrt war cool. Super fast. Genal war die Fahrt. Genal war die Fahrt. Das Riesenrad hat sich voll rendiert. Das Riesenrad wird immer einen Damm hoch. Damm hoch vom Riesenrad. Von da gehen wir jetzt rein. Hey, was war da denn? Wurde ich mal wieder. Danke. Ja. Es war ganz schön. Danke. Ich bin zu mir. Das war jetzt mal die Münze. Ich bin zu mir. Du bist ein paar Personen. Ich bin zu mir. 30 Prozent. Das ist so das Piratenabenteuer, hat jetzt hier Piratenaventure, M, Schneider, Epistat hat 4 Euro gekostet. Ja, einmal so eine Laufgeisterbahn. Ja, das ist so eine Laufgeisterbahn. Das war schon früher mal. 2018, 2019 hat sie schon mal hier bei uns zu gehen. Okay, wird gleich. Am Ende der Welt sind sie gefangen durch die Finstern. Wer in ihren Höhlen betreten will, muss bereit sein zu sterben. Kommen Sie mit, alle suchen nach dem Schatz, wie Pirates Adventure. Und erleben Sie die Abenteuer. Gucken Sie, gehen Sie weiter. Was ist das? Das ist cool, lower. Oh, f령. Oh, hallo. Was ist das? . . . . . . . . Wunder mit dir, Wunder mit dir. Wir kommen an Hamburg. Beleiten Sie sich vor auf einen Seeschlag. Okay, leiden los, wir legen ab. Halten Sie die Felsen. Wie Landraten, Spannkrank. Okay, Anson, ich weiß, Sie sich verstecken. Okay, abgreifen, schließen. Die Felsen wird drehen, schließen wir uns. So etwas möglicherweise aber auch. Oh ja, wir können uns ansetzen. Jesus! Ich will sie durch, oder lebendig, wir schaffen es nicht. Ach doch, Kippe! Leuchte, mein Leben! Ach doch, schnell! Jetzt fang doch schnell! Schnell, schnell! Hau ab, komm schnell! Das war cool! Sau! Sau, das ist cool! Wahnsinn! Cooles Motor! Schau mal! Da ist ja ein Schiff drauf! Und der soll brechen, oder? Sau! Na, was meint ihr? Was? Ich hab ihn gefunden! 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 Und der Schatz schmeckt mir aus dem gewöhnlich gut! Ich hab ihn gefunden! Jetzt fahrt's los! Ja, nein! Die Steppenwagen! Bin gerät! Hey! Ich mach euch mit Reine! Wir sind die Reise geht! Weitgehen! Hey, du da! In der Krise! Bist du rein? Das ist zu! Geht nicht mehr weiter! Geht nicht mehr weiter! Geht nicht mehr weiter! Tür ist zu! 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 Ja! So, nur kurz mal da raus! Guck mal, woher gekommen ist! Let's get out! Was ist das jetzt? Ja, aber wie geht's jetzt weiter? Mal eine Kanonkurse? Mal ohne! Ja, hier geht's nicht weiter! Da geht's nicht weiter! Also ein bisschen mehr! Da geht's nicht weiter! Jetzt geht's hier zu! Guck mal! Da geht's nicht weiter! Ja? Ja? Ja, genau so! Ich hab hier eine Kuss mit euch. Ah, cool. Jetzt haben wir eine Dachstelle. So. 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 Ah, jeder hat mich frisst, der Papagei. Das ist lustig. Oh! Das ist ein Ding. Das ist echt cool. Jetzt gehts hier runter. Schöne Bilder. Also hat sich dann orientiert. Okay. Ja, guck. Oh, so scheiße. Das ist das hier. Das hat mich echt verschockt, ey. Das ist krass. Das sind die Ratsche. Boah, cool. Wahnsinn, das ist geil. Dalkrake. Ey, Dalkrake, die Ratsche. Ja. Wir gehen unter Schutzraß holen. Soll das hier ein Scherz sein. Geht hier einfach hier zu, das. So kommen wir nie weiter. Also jetzt ist er hier lustig hier. Tür geht einfach hier zu. Gut, jetzt machen wir hier wieder mal. Das ist richtig lustig hier. Das ist richtig lustig hier. Der Ex-Fresser schritt sich echt voll. Das ist richtig lustig. Das ist doch keiner drin, oder? Nein. Das ist richtig lustig. Das ist richtig lustig. Das ist richtig lustig vor so einem Saum und einem Bildschirm. Der Deckmal ist echt ein Scherz. Das ist richtig lustig. Der Deckmal ist echt ein Scherz. Guck mal raus. Und außen ist der Deckmal hier ein Ding. Guter Wetterraum. Und dann haben wir uns an mehr. Kommt er wieder. Wahnsinn, ey. Ja, kommst du wieder, ne? Hallo? Gut. Nice Luft, ey. Dann deckt man das auf dem Feld. Ey. Du musst noch haben, bis die Tür auf geht. Jetzt geht er endlich die Tür auf. Gut. Wow. 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 Ja, schau mal hier. Wasser, Nebel. Ach du schlechte Laune oder was? Sag doch was, die Lanzhacke. Ja, das ist von mir. Ganz allein. Du stinker. Ich bin ein Lanzhacke. Hahaha. Lanzhacke. Hahaha. Läckerlige. Häng dich doch. Häng du. Läckerlige dich. Hahaha. Was? Eine gute Idee. Ah, verschwindet. Oh, ha, ha. Ah, komm mal hier. Oh, ha, komm mal hier. Sie sind mir da mehr lachen. Ah, nein. Das ist eine große Sache. Oh, das ist cool. Oh, das ist ein Kumpel. Das ist das ist. Das ist echt cool. Oh, das ist schön. Das war's, Bruder. Radensucht. Das ist schon cool gewesen. Das war voll cool, das Kettenkaufsaal. Das ist nicht so mein Ding. Nicht so mein Ding. Das war's, Bruder. Das war's für heute. Das ist gut. Ja, alles Guter. Das ist riesig, was auf der besten Fall ist. Das ist auch krass. Das ist voll krass. Das Riesenrad schon. Ja, das ist krass. Das ist voll krass. Ja, das ist auch schön. Ja. Das ist zumindest einmal noch nicht. Das ist auch ein cooles Zeug. Und das in 3D. 3D. 3D Dinge. Das ist auch nicht cool. Siehst du drinnen, wo die Leute rüberhoben? Wir haben so ein Simulator. Das ist der Ort, wo Scherl gerne geblitzt wird. Das ist der Ort, wo Scherl gerne geblitzt wird. Und dann... ...denn kommt... ...Werste von... ...naja... ...Kau Königshofen... ...Königshofen... ...seit halt sein. Von der Messe, also von Tauberbüßdusheim. Und das sind... ...nexte Ortschaft ist dann... ...Bad Mernheim. Links abbiegen auf Oberballbacher Straße. Die Straße, wo er sagte, wäre schon scheiße zu fahren. Zu viel Kurven, alles. Nee, das ist echt Dreck. Dann fahren wir lieber die andere gemütliche Straße. Dem Streckenverlauf vier Kilometer folgen. Jetzt hab ich keinen Bock nach langen. Braucht man so viel Spreit an, muss man hier dann... ...aufpassen. Dann erholt Blitzer. Genau. E-Dölfingen. Da kommt der Blitzer. Und jetzt kommt der Regen. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf Gollgraben. Nee. Warum? Kann man doch mal sehen. Ja, da ist ja wahrscheinlich... So. Und das ist nämlich... Ort, wo man aufpassen muss. Rechts abbiegen auf Gollgraben. Dann links abbiegen auf Kleine Gasse. Wie ist das? Ja. Nach welcher Hauptfest? Hm. Rechts abbiegen auf Theowaldstraße. Dann rechts abbiegen auf Kleine Gasse. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Alte Frankenstraße. Und da kommt dann ein gemeines Fotochen. Nach dieser Ampel kommen die Zwillingsbillzerkasten. Rechts abbiegen auf Alte Frankenstraße. Am besten halten wir unser Tempo von... ...45, 40 km. Da sind wir nicht 50 km. Das sind unsere Freunde. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Bergstraße. Und so zwei Freunde. Hier bin der Kasten rings und rechts. Da sind die Zwillinge da und da. Auch ganz schöne, teure Bilder. Aufpassen. Auch wenn die Straße romantisch heißt, weil die Straße... Die Bilder werden nicht romantisch. Die Bilder werden gar nicht romantisch. Ich kann euch sagen. Gar wie romantisch. Im Straßenverlauf von B290 für anderthalb Kilometer folgen. Das Ding ist schon krass nervverschreinig. Egal wie die Straße heißt. Wie romantisch die Straße heißt. Wie romantisch die Straße heißt. Romantisch wird das Foto nicht. Das wird teuer und hässlich. Das garantiere ich euch. Denn mein Name ist das König. König aller Zeiten. Oder euer Captain America ist das. Oder Indiana Jones ist das. Wo wollen? Out! Das haben wir da. Genau, scheiß drauf. Scheiß auf den Blitzerblitzer. Super Blitzer. Super Blitzer. Super Blitzer. Ich nenne das Blitzer. Kasten Zwillingsblitzer. Ich nenne das Blitzer. Ich nenne das Blitzer. Ich fang mal. Ich nenne das Blitzer. Ich nenne das Blitzer. Ich nenne das Blitzer. Ich nenne das Blitzer. Und wenn du das Blitzer schlauzt. Oh ja. So meine liebten Zuschauerinnen. Natürlich gehen wir weg von der Kirmes. Ich hab noch zwei Kapitel mehr gedrückt. Ich hätt noch zwei Kapitel mehr gedrückt. Sie sind gut. Der hat gesagt, dass die da stand, nächste Woche ab Donnerstag ist doch in Wertham was, so eine kleine Kirmes in der Stadt verteilt, Main unten und wo die Schiffe anlenken, Kreuzfahrtschiffe, bloß in der Stadt neu, in Wertham hat er gesagt, also Wertham, das Wertham hier bei uns am Main ist in Bad Mindenburg, ja, vielleicht schau ich mir vorbei, wenn ich es Zeit habe, also interessant bin ich schon, wenn es sowas ist, weiß nicht, Dann geht es nur Samstag, weil Sonntag bin ich schon wieder auf Wanders in Kirchweig auf Mark Breit, da ist nämlich das große Oldtower Treffen von Mercedes Ingelhaut oder Ingelhaut oder wie heißt, jo, und ja, jetzt sind wir wieder weg, jetzt sind wir wieder weg, ja, Ja, da ging alles, wenn wir, dann wird er wieder nach Hause, gut, schönes Wetter, das Wetter hat auch gut trocken gewesen, dann bedanke ich mich für das Zuschauer einschalten, bleiben Sie sich schon und passen auf sich auf, bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende und vielleicht sind wir uns morgen in Lidlbach, Kirchweig und Kanarisches, wo wie eine kleine Messe ist, nur kostenlos, also für jeden was geboten, Kommt er, dann kann man uns sehen, also, ein schönes Wochenende, ciao, auf Wiedersehen, gut, bei dir, Ende der Aufnahme, wo viele Grüße aus, äh, aus Kaukirchshofen, das heißt, an der Tauber am Taubertal, so, Obwohl, das ist so, das ist aber auch noch, Hm, Das sind die fünf Freunde. Und jetzt auch meine Freunde. Das sind die fünf 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 Freunde.